Jungs, da wo der erste Angriff läuft, bleibt ungefähr in der Ecke, seid ihr gefolgten Unteroffizier bei dem, bleibt in der Nähe. Mal gucken, wo der erste Impact ist, dass sie ungefähr in der Ecke bleiben, damit wir des Mountedn helfen können. Breit machen, rechts oben. Rechts oben. Links oben. Und unten gucken, links. Links, 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 links. Die, die dann weg, läuft immer weg. Wir werden von hinten geschäft. Die ersten drei verfolgen, der ganze Rest bleibt hier ein bisschen auf dem Hügel. Bleibt hier ein bisschen auf dem Hügel. Aufpassen, nicht stacken. Er ist wieder raus. Achtung, die sind alle hinter uns selbst. Naja, kämpft hier ein bisschen auf dem Hügel, bleibt hier in der Ecke. Bleibt hier zusammen auf dem Hügel. Börner Hits. Macht er gut. Kannst dann das hier selbe versuchen, auch auf dem Hügel bleiben wollen? Ja. Die folgen alle Felix, die folgen alle Felix. Pass auf. Ja, nice Jungs. Sehr schön Lack auf dem Hügel. Schwer bleiben, bitte. Pass auf rechts. Bleibt die Leiste ruhig, bleibt hinter dem Hügel und guckt, dass ihr wen gekriegt. Oh fuck, sorry. Einer hat einen Ripp. Oh schade. Pass auf. Vorsicht. Weck der, weck der, weck der, weck der. Außen bleiben, außen bleiben. Nicht mit rein. Nicht mit rein. Elf, bisschen rechts und links. Aufpassen mit dem Pferd. Pferd töten, wenn es geht. Auf jeden Fall dick. Komm, hier ist einer abgespaltet. Auf jeden Fall weg. Auf jeden Fall weg. Vorsicht. Sehr schön. Oh fuck. Sorry. Nein. Sorry someone. Kopf oben lassen. Campen Jungs. Campen. Ich dachte ich war schnell genug. Ich dachte ich war schnell genug. Lass die Fälle leben. Lass die Fälle leben. So kommen. Oh Stack. Vorsicht. Ich stacke nicht mit rein. Lauf nicht alle gleichzeitig. Nicht alle gleichzeitig. Schöner Hits die Jungs. Also wenn wir in Stack sind, wir halt häufig überlegen. Deswegen. Jungs kann noch eins. Ach. Mein Gott. Putte will zu rein. Einer kann noch rein. Putte. Sag nichts Taschen. Sehr schön. Schöner das meint. Aufpassen. Helfen Sie das Mounted. Was? Vielleicht hast du das meintet? Ja die haben noch zwei auf dem Boden. Genauso wie wir. Ganz entspannt. Achtung. Kopf oben lassen. Ja ich weiß. Ich tausche Pferde dahinten. Sehr schön. War das Pferd bei euch? War das ein Pferd. Okay. Ist tot. Aufpassen. Die haben Pferde getauscht. Später ist sicher. Später sails. Vielleicht sind sie ziemlich übermütig gerade. Vielleicht ist noch ein Pferd da schnell gekommen. Vielleicht ist noch ein Pferd da. Ja. Ja gut. Ist es ein bisschen schwer denn zu kommen. Infantristen werdet zusammen und nicht die Infantristen angreifen. Sondern ein Freud Boyer. Okay Hannes. Hannes. Ruhe. Ja. Dreh durch. Ja. Achtung Infantristen hält den Infantristen. Der Infantristen will hinten zum Pferd Jungs. Passt auf. Geht das Pferd töten. Geht das Pferd dahinten töten. Mal krass die Legs. Vorsicht. Ne ne. Ja deswegen zusammenkommen. Okay. Schön Hannes. Achtung. Helft ihm jetzt geht's. Jungs müsst ihr ein bisschen mehr rangehen. Hier. Ihr seid allein. Ich verflickst die erste Runde du. Alter Schwede. Ich spiel safe. Ich spiel es einfach safe. Ist ja normal. Ich spiel es einfach safe. Mit Geduld. Ich geh mal das Pferd frühzeitig töten. Infantristen lauf mal weg. Hannes rechts. Das Pferd. Okay. Okay. Ach ich dachte es war kein Gegner. Alter. Erschreck mich doch nicht so. Werden das überlebt gleich mal in Schlaf oder ich schlage. Die zwei Sachsen am Boden. Lass uns auch ein bisschen mehr die Sex ausnutzen. Weil es waren halt ein paar mal das Ugi 3 oder 4 von ihnen. Ey die Runde ist doch nicht vorbei. Meine Fresse. Lass die Jungs mal kämpfen. Ich hab kein Problem damit. Ergibt doch nur Tipps. Du bist doch tot oder ne? Ja. Wie viel Leben hast du noch, Storm? Bei mich kannst du über... Nö. Ich hab fast full life. Die Checker ist abgespalten. Dann gehst du vor mich. Oh Gott. Naja klar. Bei mich können sie... Wenn sie mich überreiten bin ich tot. Ja. Alter bild ich mir das eigene im Augenblick nicht auf mich. Ja weil die wissen wie du bist. Ja versuch ein 1 gegen 1. Dann guck dir das an. Ich hab mich doch nicht einbild. Checker du bist besser als die. Also du kannst so hin. Checker du kannst das. Ihr dürft vor allem 1 gegen 1 nicht wegrennen. Ihr müsst das jetzt auslisten. Das 1 gegen 1. Ich lebe noch. Einmal ansagen reicht. Checker du musst helfen. Ah schade schade. Ich muss halt sagen. Ein bisschen aggressiver ran. Makra Vorsicht. Sehr schön. Das ist auch so. Das ist Twist. Lass mal auf den Eingehen. Auf jeden Fall ist nicht sterben. Weil wir brauchen euch zu machen dagegen. Geht mal ein bisschen weiter weg. Also wenn ihr so nah sein könnt ihr euch halt immer engagen. Die haben einen Save Call bekommen. Die sind bei Infra-Inventry bleiben. Die haben grad einen Save Call bekommen. Ja dann geht auf die die weg von der Dingsinstand. Jetzt ist es einfach für euch. Die bleiben bei ihrer Infantrie. Wisst genau wo die hinreiten. Makra kommt mal ein bisschen weiter außerhalb. Ach da geht ja die raus. Waren die grad heavy tight? Ja die reiten halt so. Ja machen sie gerade. Infantristen geht mal ein bisschen näher ran und guckt dass ihr vielleicht die Kableristen so ein bisschen ärgern könnt. Aber ein guter Spiele ist schon raus. Das ist gut. Rapist. Schalter check'n. Schalter check'n. Schalter check'n. Schalter check'n. Tannis nicht gestärben. Jetzt engaged. Hochschul aufpassen! Warte und helft ihn! Helft ihn! Infanterie zieht euch erstmal ein Ticken weiter raus. Weil der Infanterie es bleibt auch weg. Was mach ich denn? Schön, mach. Schalter check'n. Schalter check'n. Mach's mal check'n. Chalter check'n. Machste gut Einer hat Klo-Life aufm fernz Einer hat Klo-Life Schön So Checker, kein Stress Klob an dich Oh Gott, Alter, ich hab wahrscheinlich gegen... Graf die Infratristen an, die Kabelrüsten abzulenken Warte ein bisschen auf euch Pass auf hinter euch Wenn du alleine bist, bist du tot Bei 3 Kabelrüsten Ja, das weiß ich auch Er macht einen oben stark und tötet alle 3 Klob für Termine Furcht ruhig weiter Richtung Infratristen Wenn's geht Einfach mal ein bisschen unter Druck zu sitzen Ihr sollt Richtung Infratristen gehen, bitte Schade, schade Du bist nicht weit von uns weg Kannst du einen noch... So Jungs, aufpassen Weg mit dem Infratristen Ihr macht das, haben wir geübt zum Training Ich glaub wir haben zwar jede Runde auf dem Boden verloren Haben wir nicht Eine Runde nicht Aufpassen Jungs Nicht wegen Team Kids Pass auf den Infratristen auf Achtung kommt Achtung jetzt Huch Sie werden greedy Ruhig bleiben Ruhig bleiben Ruhig bleiben Ruhig bleiben Wir kennen das Die wollen fährt da Die sind ganz schnell gepust Der Constalte ist auf dem Boden Oh fuck ey Sky hab ich da noch nie gesehen Vorsicht Ah schade Das ist noch nicht vorbei Ach scheiße So erstmal anfangen wir aufpassen Es war am Anfang gar nicht so schlecht Und mit den Stacks aufpassen Aber umgekehrt auch wenn Wir mehr sind und die irgendwie Das war eben gerade einmal, dass die Mitte Von 5 Leuten bestand Die einfach wirklich auf ihrer Stelle stand Dann können wir eigentlich rein, wenn die alle eh gestackt sind Ja aber Ja aber Ja ich weiß Aber wir sind halt sehr oft Ich kriege jetzt nicht 20 Meter weg und gehe dann in den Stacks noch rein Ja ja ich weiß aber Wir sind halt in diesen Clusterfucks 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 Reit machen wir rechts um Rechts um Bleibt nach links und links um Ja geht auf den Gestack Aufpassen Meternatral Der war rechts Der war rechts und ist egal Bis Auf dem Hügel bleiben Auf dem Hügel sammeln Böcks jetzt hier auf dem Hügel Auf dem Hügel So gleich sterbt mir doch nicht so gut Ja ja ich bleib jetzt Böcks jetzt bleibt einfach auf diesem Hügel Nicht mir folgen Sondern einfach hier bleiben Und die wollen jetzt in unseren Hügel wegnehmen Sind sie zweit hinter denen Wir können ein bisschen ärger machen Links 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 Eike Link von dir Dehrensborn, Richtung Dehrensborn Achso, ich führe oder was? Ich hätte Destroyed, also Jungs, dann schreit die da Links zu Dehrensborn Dehrensborn Jungs, alle gehen da hin Schatzschneidt du auch, Weg da, einfach wegreiten Wie viel? Das hast du, dass du geliebt mit dem, hinter sich, die kommen jetzt Nicht auf dem bleiben, durchreiten Achtung, durchreiten, weg davon Und konzentriert euch auf die Kaffee Jungs Weg vom Infanteristen Alles Alles Ich fahr das nicht Ich fahr das nicht Sie stacken sich sehr häufig Stackt, jawoll Schade, passiert Schön, alles gut Passiert, passiert Ja, Ferdetöten, Ferdetöten, Ferdetöten Alles gut, wir wollten dir vorbeischlagen, während du Steuern hast Du hast das zweite noch am Leben Ja, das hab ich gesehen Weg zusammen Spreitet sie ab, das Pferd töten Wollen wir jetzt nicht mal wieder auf den Hügel Sammeln auf den Hügel, sammeln Und hier ist ja gleich noch einer Aufpassen Warte, nicht das Pferd töten Nicht das Pferd töten Ja, ja Vorsicht Kommt, kommt, kommt Ganz schön Sammeln Weg von den Infanteristen Sorry NEIN Auf den Hügel Auf den Hügel Auf den Hügelhof, da ist einer Alle auf den Hügel, Jungs Weg, ignoriert die da in der Mitte einfach Weg, da ist so hoch auf den Hügel, alle sammeln erstmal aus dem Kampf, vom Platz lösen, damit ihr noch von was schon raus Der Kaiser Wir sollten nicht wieder in den Kampf reingehen, jetzt Wer geht da mitten rein? Wer geht da grad mitten rein? Der Gloom Achso Der Gloom Ah egal, Gloom ist tot, Jungs Nein Da wollen die jetzt nicht reinkommen, die sind alle gestackt, Jungs Du gehst, Du gehst Du gehst Den Gloom Heimgott Aufpassen, Mako Jungs ist ein Schadstier, weil jetzt geht Wer ist mir? Kotter 위 aus Los Hügel Auf den Red Bad Oh, die kommen jetzt wieder Achtung, Frontalgutte Auch Jungs, tourt zusammen Auch pass in der Echo mitten die Dimension Schöööern Drive Groöö Andy Aufpassen Hier Jetzt gehts los Fürs衝 hipp, Jungs in dem crushed ohl es quer Ich komm noch einmal in der Marko Schöööööööern Ich hab Dreige hinter dir gespится Jungs, sammeln! Ja! Lassen Sie den Verdrehstuhl! Schööööön! Schööööön! Ach fuck, Jungs kann mir jemand bitte das Pferd helfen hier? Achtung, Kopf oben lassen! Jungs, sieben gegen sieben, komm! Was macht ihr? Wir haben mal einen auf dem Gerd, äh, einen auf dem Gerd. So, Fokus zusammen, einen raus! Pass auf! Die drei dahinten. Zusammen bleiben, eine große Gruppe! Ich guck dauernd nur in deinen Rücken rein, ja. Rechten abspralten, den rechten, den rechts! Aufpassen, von hinten, KZ-3. Den abspralten, rechts, rechts, rechts! Kralle hinter dir! Lass ihn einfach liegen jetzt! Lassen wir uns auf den Boden... Aufpassen, ne, schön. Sammeln und Gerd werden uns ausmachen, Sammeln und Gerd, für erstmal weg. Hast du einen Kutte? Wo ist denn eigentlich? Ach... Ich will den jetzt nicht stacken, das wird jetzt sonst... Schön, vertöne Wert, 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 wert! Töten? Dann töten, töten. Bei Kutte rechts, den... Schade. Und die bleiben jetzt erstmal wieder bei ihrer Infanterie? Oh, einen Kutte, Alter! Was war das denn? Wer weiß ja rad, du sagst. Steg für Steg werden soll das Spiel, ihr kennt das. Aufpassen, der Offizier? Der geht raus, auf den Offizier, auf den Offizier. Offizier fokussen, Offizier fokussen. Offizier fokussen, nicht auf den Offizier fokussen. Nicht auf den Offizier fokussen, nicht auf den Offizier fokussen. Ja, trotzdem, nicht schlecht. Aufpassen, hey Team, schön. Nice. Sehr schön. Einmal frei, ob ihr lebt noch. Schön. Schön, lass den. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Bleibt doch, wenn man bei der Infanterie geht. Nein, ihr hättet schon, ihr seid zu fünft. Reibt den Messer, dann fötet ihr ihn da. Pass auf, die haben anders Nahkampfkabler nicht geil. Achten, nicht rauslassen, da vorne. Wir haben das doch im Training geübt. Ja, wird das dann nicht rauslassen. Jetzt Angriff zum zweiten Tod. Jetzt, er muss tot. Komm. Ich habe ihn nicht gegeben. Der müsste zuerst low sein. Sein Pferd hat noch fast voll live, aber hat auch einen Schlag abbekommen. Kutte hat ihn auch abgestochen. Hm. Ey, ich auch. Wie der jetzt klatscht. Kutte hat nur einen Killer, aber Kutte hat so viel Arbeit geleistet. Ich wollte jetzt sagen, die war ja Kutte, ich hatte Schall, ich hab die ganze Zeit. Du? Übrigens einer rechts, einer links, einer hinten. Temi, du stehst mir das 1.2, wechseln wir für Skipio ein, bitte. Wenn der da ist. Skipio, bist du da? Ja. Dann bitte mal auswechseln, Temi. Der hat ihn gehitzelt. Mit mir ist ein Hit drin. Ja, er hat noch einen Hit drin am Pferd. Okay. Ich wollte keines U-Low. Nein, das müsste es auch sein. Jungs, greift doch gar nicht an. Also ihr könnt... Einfach warte, bis du mitbein, bis er eine Kurve macht. Bis er eine Kurve machen muss. Dann könnt ihr was. Einfach. Alter hier. Nichts schreiben bitte, ja? Keine Antwort, dass keiner macht irgendwas von euch. Wenn die Leute was schreiben, ist das Tatschneider, Dirk Bär oder ich. Ach, mach auf, bis aufs Team. Und das Tor. Das Tor ist auch offiziell. Wir müssen niemals den Stich benutzen, ganz ehrlich. Komm her. Test. Jetzt seid ihr, wie man richtig kauf spielt. Das stimmt, alles ist so. Tot, Alter. Das ist ein Flirt-to-Player, Alter. Ich glaube, ich glaube an euch erstmal. Der läuft aber auch echt hardcore weg. Gibt es auch einen Slay wegen Delay? Ja, das spielt ja. Ja, das spielt ja. Aber solange er halt noch entfernet und angreift... Ich greife mit einem breiten Bad, das traue ich nicht. Ja, aber er greift den nicht an, dann eh muss ich mal angreifen. Hey, da bist du auch ein Pferd oder was? Ja, wer ist da auch ein Pferd? Genau, auch ein Pferd. Jungs, einfach die Gegner töten. Ich versuch's, wenn er die Kälte wegkriellen würde. Ich versuch's, wenn er die Kälte wegkriellen würde. Kote sammelt wieder Schwerter. Na gut, wenn dann alle auf dem Boden sind, hat er dann eh ein Problem. Naja, Eidf. Ruhe. Kote macht seinen Schock auf. Komm. Alter. Er vertickt zwei Eier, er braucht seine nicht mehr. Er baitet gar nicht, ne? Er rennt auch die ganze Zeit Fusten. Ja. Ach, Hannes. So, Hannes. Ja, Fehler, jetzt bleib mal bei... Ja, bin ich denn gestorben? Nee, Fehler gehen töten los. Sag immer, wer Boss ist. Nee, ich bin ja nicht. Ja, Fehler jetzt halt... Einfach rein. Einfach rein. Einfach rein. Einfach rein. Schlag, Alter. Wenn es ja stürzt, blieb auf uns. Fehler, ich bin ruhig, bitte. Herr, mach Dekan jetzt. Fehler, geht durch. Hier liegen so viele Schwatter rum, Alter. Ich weiß nicht, wo man das liegt, aber sobald ich Ruhe sage, kommt ein Satz von Stump. Ich glaube, das ist wirklich ja lecker, irgendwie. Fehler, das hast du immer, obwohl du tot bist. Ich glaube nicht, dass das so dreist ist. Nein, das bin ich eigentlich nicht. Jungs, es kämpft noch mehr. Ich finde, die Leben dann dürfen reden und... Checkerleid ist total. Nein, ich habe mich gerade angehört. Eee, nice. Sehr gut. Erlakan. Schöne Runden gemacht. Für Termin, du kannst rein. Alles klar. Kann es nicht nochmal so was? Falsch darf ich nicht schreiben. Nein, du sagst nichts in heute schon, habe ich gerade gesagt. Iroh und Park ist kommen. Motivations-C. Moment, ich hoffe mal. Das ist aber echt eine schöne Runde. Jetzt gibt es eine Ansage. Moment mal. Ich muss das gewinnen. Weißt du, ich habe mich jetzt draußen bei uns rangeholt. Stormboar rein. Ich hole gleich viele Fass. Na, guck mal, Rico, tschüss. Reiter, Dragon King ganz oben. Da hast du so Knecht, Schieneskill. Knecht. Nein, 1-1 haben wir. Diesen Reiter Sky habe ich auch noch nie gesehen. Ach komm, das finde ich das so gelustet. Ja doch, der war schon. Vor ein paar Wochen. Der Sky hat schon beim Laufkampf gefordert. Ja, der Sky, wie gesagt, Felix rekrutiert halt alles, was zwei Beine hat. Ich bin noch nicht ready für dich. Ich bin noch nicht ready für dich. Ich bin noch nicht ready für dich, ne? Noch nicht ready für dich. Wir sind noch nicht ready. Jetzt bin ich doppelt so gut. Leute, Black ist da, guck mal. Leute, Black ist da. Guck mal, ich muss raus. Oh, rosa-rote Rat. Obergefreiter ist da jetzt schon gefordert. Oh, rosa-rote Rat. Wie schnell befördern die. Wir waren doch im Schein. War eh lachtig. Alle mal oben blocken. Alle mal oben blocken. Alle mal oben blocken. Termi da? Ja. Ich glaube, die brauchen wir. Wir haben gar nicht versorten. Was geht's? Ach. Also, wir haben ne Regel, dass man nicht in zwei Kaff-Regimenten sein darf. Wenn man gerade auch nicht in seinem Pferd saß, Alter. Ich bin am Arsch. Was ist mein Problem denn? Nein, Termi. Nein, 1-1. Das ist das zweite. Das ist das zweite. Link halten, Achtung. Verproben lassen. Wow. Skipio. Wir haben noch Stack. Alter. Alter, hab ich Lust. Hinteren beiden, hinteren beiden, hinteren beiden, hinteren beiden. Aufpassen, die hinteren. Geht alle auf die hinteren beiden. Auf den hinteren. Ja, das ist der. Das ist der. Der Rest nach hinten. Denk den einfach bis zum Map ran. Der Rest nach hinten. Der Rest nach hinten. Achtung. Achtung. Wer ist da so... Aufpassen, wir werden richtig krasser Erfolg. Nein, das bin ich. Nein, das bin ich doch klitzig. Felix ist mounted. Vorsicht, Leute. Die Masse kommt, die Masse kommt, die Masse kommt. Ja. Wir sind abgespalten in zwei Gruppen. Der Togel, ehrlich zu 3, ne? Sorry. Felix ist disfrautet. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ich hab Felix. Die stacken sich die ganze Zeit, also ganz ehrlich. Ja, die wollen Felix noch kein Pferd geben. Aufpassen nicht. Ne, das ist nicht für die Masse mit rein. Achtung, aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Nicht in eine Richtung. Verteilt euch ein bisschen. Achtung. Was? Ich kann von einer Richtung entkommen. Was? Ich savi'n, fähr zu 17. Was ist das aus? Zu 17? Ah, das ist auch klar? Du siehst das nicht, ich verstehe das hier. Easy. Ich li- also solche One-Gons liebe ich echt diese Masse. Wer bist du? Ich schwöre es nicht. Rass ihn fern. Schöööööööööööööööööön, oh Gott. Jetzt decken sich Leute, jetzt decken sich übrigens. Ja ja, das, mein' ich, also das ist halt die ganze Zeit so, das ist echt geil. Help, help. Was ist hier los? Was n' Gemetzel. Hälften mit Infantrüsten, Hälften mit Infantrüsten in der Mitte. Alle, alle, alle. Alle zum Infantrüsten, hälften. Okay, der ist tot. Komman. Hinter dir ist frei, Kotte. Rechts und dir. Das ist nicht mehr zuermachen. Ah, Achtung. Schön, schön, Achtung. Alter, Richard. E.O. Solche Runden liebe ich, Oh fuck. Come on. Solche Runden liebe ich! Einer selbst das Schwerd. Einer selbst das Schwerd. Ach komm schon. Vorsicht, was den Schwerd zählt. Alter Kutte. Kutte Dude! Geiles Ding. Geist vor jemandem eine Verförderung heute. Nee. Oh fuck. Und degradiert. Wir haben den Wert! Gutes Wert! Mein Kill ist es! Ulti! Für diese Moral Minus 100 Beim neuen E da Ja Nein, Dokler bleibt dran Entschuldigung, ich wollte jetzt eigentlich raus Hör mich Echt? Ja Hä, warum denn? Minus 1 zu 3 Minus 1 zu 3 Ja, Tami Minus 1 zu 3 Ja, aber Tami macht ja wenigstens aus Tami ist Veteranloser Aber, aber Aber Tami lenkt die Gegner wenigstens ab Ich hab schon voll viele Leute das geplantet Ja Ich bin schön, wir sind 3 im Spektrum HiP19 Die haben, die haben kürzerweise gerade mit nem falschen Namen rangeholt Wen? Schmilf Schmilf Was geht? Ist ein Kugelfisch Ist ein Kugelfisch rumt? Ne So, ruhig schon Konzentration Er hat ja spitze Schöne Runde Wir sind halt ein bisschen buff glaube ich Achten nicht zu weit auseinander Wer da hinten sonst wo ist Bisschen heran bitte Bisschen langsamer vorne Oh mein Gott Bisschen langsamer Ja genau Wir bleiben hier auf dem Hügel Wir drehen überall links Achten wir bleiben hier auf dem Hügel Wir drehen überall links Du hast nicht gesagt wie lange wir überall links drehen Bleib auf dem Hügel Bleib auf dem Hügel Bleib auf dem Hügel 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 Warten, warten, warten Bei mir schauen wo ich bin Bei mir schauen wo ich bin Er riecht schon wieder Deftig nach Stacks Deftig Deftig nach Stacks Der riecht hier richtig nach Räucherfürcht Boah, wunderschön für die Achtung die kommen alle von hinten Achtung mit dem Team Ich hab gesagt Kabi Mann Hat passiert Tut mir unglaublich leid War klar Achtung helfen, Ausnahme Mein Kumpelatzen Nein, alles nicht jetzt Nicht jetzt Er macht diese Riechenräuche Riecht du das? Er stinkt hier nach Abschaum Mein Speckle kämpft zusammen caption Wölf das einmal Ojejeje Jungs es geht daraus Ein bisschen aus einem Club Hügel Ich hab' keine Lasks mehr Vollänner auch der Fall Vier Tote Nice Jungs 13 gegen 13 Und ihr dismountet richtig schön Stommis ist das dein Mitd megaprechter Ist This Roy passiert AHHHHH Ziemlich harte Team-Dismount Och Warte mal, hast du gerade ein Team mit, das war ja? Jungs, die haben richtig viel auf dem Boden. Nein, du bist nur geistig behindert. Komm mal runter. Wir haben uns diese Runde so oft geteamelt. Das haben drei Leute geleckt. Ja, save das Pferd. Ich glaube, für zwei Sekunden kam. Richtig, das war nicht. Ich hab's gesehen. Aber die haben halt echt lächerlich viel auf dem Boden, deswegen geht das nicht. Okay, Infantristen ruhig angreifen. Radius, kill the Infantrists. Just slow them down. Ja, sie haben sich das Pferd saven können, das ist einer. Schade. Okay, er kickt Spectator. Schön, schön. Oh, Radius. So beautiful. Pferd, fferd, fferd. Nicht Infantristen. Warte. Das modelt die jetzt alle. Nein! Warum? Ah fuck! Komm, zieh da rein. Schade. Vorsicht, hinter meinen. Schade. So Hannes. Ach nööööö. Eins gegen sie. Hast du schon mal geschaut. Fuck ey. Ja, das war, das war ein bisschen abbildlich. Der Stack am Anfang, weil irgendjemand unbedingt den Kill wollte, war halt unendlich. Ja, und der Team Diswound oder was auch. Also das waren halt ganz viele Sachen, die da blöd gelaufen sind. Ja, guck dir das an, die greifen mich gar nicht an. Er hatte 300er Ping. Sein Geschiebsterfälle. Sein Geschiebsterfälle. Hahahaha. 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 Pff, nein. Schön. Okay, Hannes klatscht. Oh nein, Hannes steht über mir. Eike, du hast es gerade verschrien. Hannes, ich bin sicher, unsere Kinder werden schön aussehen. Hahahaha. Also ich war eigentlich... Oh, das ist kein Hit, Alter. Die haben scheiß Berg, Alter. Ganz schön deftiger Hit da. Krass. Wenn du eine Schaufel dabei hast, kannst du dich abschlagen. Ja, wenn du geradeaus reitest, reitest du auf dem Kavalaristenzug. Ja. Ja, ja, ich hink's so. Nicht, dass du so Brain-Up Card drauf zu reitest, weil du nach hinten guckst. Aber der Infanterer sieht so lecker aus. In einem... In der Gäste der Infanterin. Lukler? Mhm. Lukler... Lukler, weißt du noch? Gegen... BNL. Hannes, eins gegen sieben. Ja. Und dann rennt es außer, wo ist der Bus mit den Leuten, die es interessiert. Da rein erinnere ich mich noch. Oh, Hannes. Ja. Arkansas ist... Alright, Olaf. Arkansas ist... Die Welt ist gescheit. Nein! Hannes, das war nicht gescheit, oder? Ah, scheiße. Wir sind nicht ready. Olof ist gerade gecrashed. Wer ist Olof? Pff. Oder ist er... Ne, er ist wieder da. Nevermind. Und ich hab keinen Sound ausgegangen. Kugelfische. Hallo, er ist wieder da. Wisst ihr was passiert, wenn Mountain Blade plötzlich keinen Sound mehr abgibt? Ja, du hörst nicht mehr. Ja, das kann ich 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 nicht mehr. Kann ich Major Mark fragen, ob er denn noch ein- Ja. Oben blocken. Oben blocken. Gott schütze den Kaiser! Ja! Was geht's? Ja, tschüss Marcel. Und der Computer kann auch nicht sehen, dass man Mountain Blade einen Sound macht. Ah, Hannes. Hannes. Ein bisschen mehr in die Länge ziehen. Ein bisschen enger das Ganze, ein bisschen dünner. Ein bisschen mehr in die Länge ziehen. Der Schwergleichs hat komplett schwer durchgeführt. Aufpassen, wir werden parallel reiten. Aufpassen, dass es keine großen Lücken sind. Die hinten müssen aufpassen, die werden am ehesten abgespalten. Aufpassen, wir reiten parallel, warten. Warten, warten, warten. Müssen auf Abstand bleiben, warten. Links müssen aufpassen, warten, 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 warten. Gleich nach hinten rechts von denen. Hinteren rechts und rein nach hinten rechts, hinten rechts, hinten rechts, hinten rechts, hinten rechts. Rechts. Ja, cool. Ah, fack ich direkt schon. Leute, wo ist? Da müssen alle rein. Felix ist dismounted. Ich hab einen dismounted. Ich hab einen dismounted. Aufpassen. Du wieso schirrst immer als Restes. Felix ist tot. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt töte ich, jetzt töte die ganzen hier. Und, äh... Oh, Richard, sorry. Ich fliege weiter in Richtung unserer Sport. Nein, das ist eigentlich wieder tot. Sehr gut. Bleibt mal in der Masse bitte. Ja, jetzt, Destroy will zuführen. Ich hab grad echt nicht so einen Überblick lassen. Bleibt über Masse. Okay, Destroy. Du hast Kommande. Äh, ich bin grad komplett alleine irgendwo. Also, abgespalten. Ja. Rechts kommt einer dazu. Rechts kommt einer dazu. Gut, wir sammeln uns bei uns am Spawn. Haben wir sowieso alle. Hier ist einer abgeschweiten. Sehr gut. Und, in Ordnung. Danke. Wir werden den Berg gleich halten. Die bleiben auf dem Berg. Wird einer überhaupt auf einen Kommando? Ich spiele immer nie. Also ich spiele immer ohne. Ja, wir haben das. Richtig, danke. Schön, schön, fährt selben, fährt selben, fährt beide Pferde, selbst die Pferde. Wunderschön, Jungs. Wollen wir, Dokler, mal mit Zeug zur Gruppe? Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Wir sind momentan... Okay, das war alles. Hilf die Pferde. Bleib! Überlebst du. Danke. Richtig, wird umtreten. Ich wollte dir nur helfen. Habe ich da Kills gehört? Hallo? Oh, Leute. Entschuldigung, Leute. Oh, ist das fucking ernst. Achtung, da kommt noch einer rein. Oh. Oh. Versucht nicht Zettler zu killen bitte. Stecker. Der so lockert killen bitte. Entschuldigung ist so ein Pferd, aber ich glaube das nehme ich von. Oh, easy, Richard. Eike Pfui. Ja, das ist... Ja, das sollte da stehen bleiben. Schön, Checker. Ich hab gleich mein Pferd, Richard. Aber nee, Rapist lebt noch, ne? Äh... Okay. Ich hab genug Zeit. Okay. So. Und noch der Kugel fischen und ruhig. Die letzten beiden. Die vordere Drückenbaum sind die letzten beiden. Ja, mal umtreten mal kurz. Und rennen. Der Knecht in der Skill gerade noch. Der Knecht in der Skill ist... Oh. Wow. Star man. Das war ne gute Idee bei mir. Jungen, jetzt schenkt ihnen keine Dismarms und Kills. Ja, ich komm von vorne und rette die Situation. Fuck. Scheiße. Scheiße. Wow, eigentlich. Dokler. Äh, die da hinten in dem Einzelkampf sind, kommt mal zur Gruppe. Wie habt ihr nicht gesagt? What? Ja, Dokler. Das sagt ich von ihnen auch. Die habt ihr nicht gesagt? Jungs, ihr müsst nicht angreifen. Ja, ihr könnt ihn einfach zu Mapland drängen. Es ist nicht Bastet, aber... Aber die können das nicht, dass sie einfach anhalten und mitten durch die durchgehen. Ja, so viel Glück haben sie glaube ich nicht. Man, warum... Fuck. Man, du klingst jetzt. Ey, ich hab die im Storion gemacht. Komm. Schenk dem nichts, mach den Tod. Mach den Tod. Mach den Tod. Nein, schön. Auch durchreiten. Auch durchreiten. Oh, fuck. Durchreiten. Tut mir leid, hör ich zum ersten Mal. Aber Tami, hast du ja irgendwann mal Kill gemacht. Mein Fallnerz. Hä, ich hab... Ja. Nein, nicht. Dann muss er ja wieder Teamkill gemacht haben. Ein Teamkill. Echt, ihr seid jetzt auch selbst. Ich hab die Kult. Oh, kass. Lass da halt nach oben blocken. Ja, mein... Ja, mein... Äh, wir haben glaube ich den Abstab. Was geht's? Ne, doch nicht. So, Moin, ihr dismount. Moin. Features wie Odin, aber nur, dass er keinen Hammer unten kommt. Fuuuua. Ja. Waaah. 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 Scheiße. Alter, Jungs, das kommt noch ein bisschen runter. Kiff. Ich hab ne Flagge. Alter, ich hab immer am Runden nachfangen. Jungs, Alter, guckt euch das. Neftiges Stecks. Neftiges Stecks. Neftiges Stecks. Neftiges Stecks. Jungs, alle wieder Richtung unseren Spahn. Fuck. Ach, ich da. Ich bin hinter den... Oh, Jungs, jetzt sterb. Jetzt sterbt uns nicht weg. Ach, du Scheiße. Ja. Das war ein Master-Stack von... Ich nicht. Ja. Ja. MAU ist ein Jungs jetzt. Jungs, jetzt habt ihr mich wieder, ich hab keine Legs mehr. Auf Hilfe. Immer wenn du Legs... MAU überlebt er das schon. Geht immer am Runden anfangen, ich weiß auch nicht. Nein, ich... Bleibt zusammen mit uns mit Rüsten. Bleibt zusammen mit uns mit Rüsten, das ist ne große Gruppe. Wollen Sie mit Rüsten, Sack, da klitzern. Schön. Offizier hat nicht. Hier außen ist ein Pferd. Halt, 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 Halt. Halt, 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 Halt. Halt, 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 Halt. Halt, 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 Halt. Oh, Klapp, Halt, Halt, Halt. Halt, Halt, Halt. Wahnsinn, geplant. Irgendwie, Infanterie kommt zusammen. Was war das denn die Teleporter? Ach komm, Richard. Ja, Richard, das war mich nicht sehr vielleicht. Ich hab's geblockt, oder was noch... Trotz unten der Zahl auch auf Rüsten fissen. Ich hab' mich nicht gesehen. Ja, Felix muss auch... Link zu dir ein, guck. Ja, easy. So 10 gegen 1, du musst noch nicht gewinnen. Ah! Wir hatten Vorsicht. Ja moin. Vorsicht hinter euch. tötet ach jungs ach schön jungs ah niss, vergisst es glaub ich ihn haben yeah seit wann machen wir den come back so das ist eine gute Frage hey leute failure ups failure, wie oft heißt es nicht am kill stehen bleiben rapist ist noch am 3. Ball rapist ist einfach 4 in Hux Ruhe, 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 Ruhe. Lange wir gehen nicht. Nein, der Typ ist tot, Mensch. Ah, der, der schwul ist auch so. Hol ihn dir. Schade, schade. Schade. Low-effort-Witz. Wir lachen. Was? Der Franzosen will nicht, dass wir den König ausnehmen. Wir sind von den Dingen zusammen. Können sowieso nicht mehr. Das ist das Arsch, Loh. Witzel bringen ihn um. Das war natürlich nicht ernst gemacht. Ach, schade. Ach, komm. Ach, ne, ihr müsst nur entfernen. Ja. Das ist Martin. Beleid, wir geben uns als nächstes. Ja, alles gut. Ne, du hast auf den Typ gezielt. Ach so, ihr seid... Infantien zusammen. Wir haben doch in den letzten Millisekunden geblieben. Hast du mir leid. Infantien zusammenfinden. Wie läuft zum Pferd? Ähm... Das ist meins. Trotzdem zusammen fünf hier. Da steht mein Name gerade. Da steht mein Name drauf, wie Tim. Kann man jemand sagen? Wie wärs das beim Pferd? Äh... Dela... Ist er gut? Reiner Typ, ja. Ja, als... Nein. Als Heavy, ja. Nice. Als Heavy ist er gut, ja. Pfff. Aber der ist ein Pferd. Was? Töner Pferd. Vorsicht, wenn er zweig kommt. Boah, ich bin so gerne T-Bank, aber darf ich ja nicht. Du bist ja ein Pferd kommt. Dann mach ich das beim Pferd. Nein. Nein. Beim Pferd. Das ist beim Raper. Raper wissen wir uns wirklich nicht so aggressiv. Ja, schade. Ist das für mich nicht aus dem Leben, Leute. Oh. Entschuldigung. Wir machen das jetzt, Vitya. Hallo Timmy. Ich bin der Held. Ich möchte deine Nähe spüren. Da war da nicht zu viel unter der Kipp. Oh, ich bin's mir sicher. Oh, danke. Oh, was? Top, ey. Ähm, Jungs. Kommt alle in die Zimmer zusammen. Wir sollten nochmal hin. Samuern, pack mal bitte die Flagge weg. Dankeschön. Ähm. Ihr seid... Boah, da hat grad Vitya, grad Hannes, warte dir, gegen dich. Da hat Schneid. Nein. Ist der Reiter da nicht im, äh... Achso. Im, im, im 9e? Ja, er hat sich aufgehört. Tuck. Oh, Hannes. Hit gefressen. Das ist eigentlich Heavy Spieler, ne? Ja, hat auf jeden Fall einer. Schade egal. Ja, Dick. Das Ding ist auch so lange. Ich töd' ihn mit. Kann ich sie. Psssss. Pfff. Hannes, du machst ihn. Komm, du bist viel besser als Sid. Wolltest du, dass ich bei sowas immer einen anderen sterbe? Ich bin nicht am Anfang gespandelt. Das ist richtig abgärmlich. Bin geblieben. Oh, ja. Nö, noch Block. Nö, noch Block. Nö, noch Block. Nö, noch Block. Mann, das ist gut im Duell, tatsächlich. Oh. Ich machen... Oh, oh, oh. Oder gib's Tami. Ja. Der Ende ist... Ja, ne, der ist tot. Wenn wir nicht den Menschen-Talapult fahren. Der steht immer noch minus 1. Ja. Minus 1. Ha! oh. Muah! Er steht als Sie. Er steht als Sie. Ich geb jedem hier 10 Euro, wenn er am Ende des Matches auch noch... Höööööööh. оhh. Huuu… Tööööööööööööööaut! Ich geh nur vom Westen aus. Skibio 9. Skibio 9. Skibio 9. Skibio 9. Komm mal, ich hab nur Befolge hinter mir. Befolgen mir alle. Skibio 9. Ja, jetzt. Ja, wunderschön. Darf ich es spinnen? Fist rave mein Vater, schade. Nicht nachquellen, fern gar nichts. Aus. Fist rave. Oh, wir haben Instant Binance Drive. Sehr gut. Ähm. Skibio 9. Ich wusste, dass wir das Spiel neu starten. Ich geh mal raus. Ich spür meinen kleinen Finger nicht mehr, meine Hand sei gepennt. Aua, mein Ohr. Ich bin gerade tatsächlich eingeschlossen. Oben blocken. Moment. Motivations-Zieh. Bitte? Motivations-Zieh. Einmal auf WC. Ja, einmal. Soll ich euch mal ein Wüns erzählen? WC-ente. WC-ente. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich spring gleich noch frei, ja. 1, 2, 3. Wunderschön, wunderschön. Ich hatte die jetzt nicht hinbekommen, aber ich glaub dann. Was? Möchtest du noch mal machen? Mal. Einfach da reinspringen. Oh fuck. Das hat mich mal hinterher raus. Aufhören. Aufhören. Oh, Jungs. Oh, die sind jetzt übelst aggressiv, Leute. Vorsicht, die sind jetzt übelst aggressiv. Die wollen mich. Sorry, ich hab mich gebildet. Fidi, wieso, wieso... Das ist ein bisschen immer so krass, das machen wir. Jungs, jetzt geht einfach in diesen Charge in der Mitte rein. Ihr seid da viel besser in diesem offenen Charge. Fick sie weg. Das ist mein Motto. Das ist mein Motto. Fertig, fertig, fertig. Fertig, fertig. Fertig. Vielen Dank. Bitteschön. Den offenen Charge ist besser besser als deine Gegner. Alarmakrab ist, äh, wemste? Oh. Ne, Richard war da. Boah, geil. Der kill war so. Daaaah. Hinter dir. Ich hab's gebildet. Ich hab's gebildet. Ich hab's gebildet. Keine Kills, Alter. Ja, schau mal. Ich weiß nicht, ich weiß, wie ich bin. Oh fuck, sorry, das hab ich nicht. Ah, in der Skill. Ja, okay, da freu ich mich drüber. Alter, Leute, ich will auch mal was haben. Ja, auch geil. Wir spielen noch mal ein Team-Kill machen, damit es wieder passt. Ich hab mich grad gefreut. Ab so vor nur noch mal ein Team-Kill sind auch genug da. Egal wohin ich reite, ist ja alles zu mir. Weißt, wie sind wir denn so, wenn man 13 und Dino 5? Wir haben doch am Anfang mega viel von uns gepielt. Nee. Wir müssen auch nicht. Na, Ficha hat's. Die haben einfach noch geholt. Ja, wir haben noch... Dann lass das die Infanterie machen. Achtung. Die Infanterie. Wachsie. 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 Schön. Wachsie. Ja, das ist einfach komplett. Kommpütje. Sie werden natürlich durchgeschlagen. War auf, Jungs. Oh, sorry. Sollte euch jetzt mal wieder klären. Ich schaue, ich schaue im Volk aus. 7 auf 3. I don't wanna love you. Jungs. Wenn ihr jetzt... Wenn ihr jetzt... Kennt ihr das, wenn ihr gerade Tab drückt, nicht aufpasst, getabt raus und auf einmal sehe ich nur noch die Gäste zu rennen. Er hat nen Hit. Maud, ich bin auf dem Braut. Gess nicht mein Erd. Alter, Jungs. Ich hab grad ehrlich gesagt ein bisschen schießen. Ich auch. Ich hab's nicht gemacht, oder? Oder? Okay, mein Major, please. Ah Jungs, komm mal. Na, Fehler? Der wird jetzt... Knife-raped. Vergesst es. Check aus. Ja, ich... Ich weiß nicht, dass es aus der Map rennt. Plötzlich kommt die Pistole aus dem... Gift me, ich hör. Ist das eine D, oder was? Die Pistole. Ja, stimmt, genau. So funktioniert das am Englischen persönlich. Alter. Jungs, dumm, Alter. Ne, ich bin an ihm hängen geblieben. Ich hab kein Wünscht dafür. Tja. Oh, meine Presse. Oh, meine Presse. Leute, komm. Willi, komm, bitte. Ja. Hier wurde grad verprügelt, glaub ich. Ja, da kann ich reinkommen. Die sortieren aus. Ja, ne? Ja, ja, Österreich. Ist ungewohnt. Was? Welches killen? Ja, die haben jetzt... Die Unentschieden sind schon mal sicher. Man zählt. Auf geht's, Kameraden! Wann, wir sind der Kaiser! Wann, wir sind der Kaiser! Ich glaube, ich hätte den Stecker gezogen. Ja, das gehe ich direkt mal aus. Äh... Sorry, Storm. Oh, Timed out. Hier, hier, hier. Wir waren ein Schiff für Storm. Ähm... Oh, wir führen! Äh... Olaf, would you mind, he goes back? Schlazi! Ich hab mich auf den Score geoutet, sorry. Alles gut. Balance, by the way, alter. Du, die käme ja aber nicht ausgewechseln. Alle mal oben blocken. Was war eigentlich die Nummer 9, äh... Neuen Ehler? Wir gucken zu. Wow. Die kommen nie wieder. Die waren sehr lustig, ey. Die waren sehr lustig, ey. Wollt danach. Du, da steht 5-2. Dann ist einer stehen sicher. Was geht's? Ja, meine... Du musst den Beinut sonst lieber auf Kahl geben. Du brauchst jetzt keine Scheiße. Die Runden waren alle ganz schön chaotisch, aber das können wir besser ziehen. Das ist unser... Oh, hab ich das vermisst, ne? Unser Leben. Super. Wir sind an... Wir sind an... Was setzt ich mir mit der Positiv? Nice. Oh, fuck, nice. Achtet, dass die laufen jetzt langsam. Aufpassen, los. Vorsicht. Ich werde meins genau ausgleichen. Vorsicht. Oh, mein Gott. Das war ein Stack. Ja. Ja. Danke dir, Hannes. Schön Radius. Hannes, ich hab den Leben jetzt zweimal gerettet. Sorry. Ja, danke. Oh, bitte. Da ist mein Ranking. Will ich da? Sehr gut. Sehr gut. Ich bin abget... 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 Ach, Leute. Helft dem... Helft dem gestackten... Äh, dem desmodeten. Helfen sie mir. Oh, nice. Da kann doch mal einer was sagen. Oh, fuck. Das war's wert. Das Pferd saven. Das Pferd saven. Zusammen. Oh, fuck. Oh, fuck. Das lief doch. Das lief doch. Das lief. Das ist so geil. Ah! Mach klar! Oh, fuck. Sorry, Pferd. Das war sehr sinnvoll. Oh, sorry. Halt. Ich seh das. Beste Team Player. Oh, fast da. Entfand das. Reißt euch mal zusammen. Entschuldigung. Okay, Jungs, auf den einen hier in Richtung Liren spawnen. Was im Trial. Wenn... wenn er das... Ja, keine Ahnung. Pferd, fern zu mir. Ja, jetzt bei Redis. Auf die Jungs, Pferd. Pferd. Pferd, Pferd, Pferd. Pferd, Pferd. Pferd, Pferd, Pferd. Pferd, 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 Pferd. Gip, 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 gip. Gib mir das, bitte. Komm mal weg von dem einen. Ja, von welchem einen? Wo die meisten Leute drin sind? Auf den einen. Auf die Frau, würd ich sagen, oder? Du, du klebst den 20. für mich. So, ich will die Zuschauer wieder durch. Das tut mir leid. Nice. Lass es den Fadderien machen, lass es den Fadderien machen. Weg, weg, weg. Dankeschön. Ehhhhh, einer von uns kam wieder rein. Olaf oder Gloom, if you want to, you can join it. Join both, both. Yeah, you both can join, ja. Huuuaaahhhhhh. Sorry, aber... Jungs, wir haben gewonnen, erst mal ein C. Halt Party! Yeah! Party Hard. Einmal oben blocken. Party Hard. Party Hard. Geminaged. Oh, danke schön. Ehh, jedenfalls, wenn ich das wieder auf einer Party höre, ne? Ich mach grad den Live-Ticker-Feature. Los geht's. Ich mach grad live. Ich kenn doch wohl jeder von euch, oder? Party Hard. Party Hard. Oh Gott, ey. Jüngstens das, da kostet aber auch eine 8-2 machen. 8-2? Passt mir noch ein bisschen drauf. Wer von euch kann gut Photoshopen? Machen wir da auch mal so eine 2 davor, bitte. Ne 0. Vor die 1. 1-2. Wir haben gestern noch einen. Jungs. Ja, klatsch mal, mir auf den noch meine Gute. Stumm. Links halten von denen. Ich schott' dich nicht. Oh, schön, hat das mal. Durchschreiben. Durchschreiben. Ehh. fewer. Verreib Flying Parker über links, und über links rum. AHHH! Achso. Oh fairer. Da oben beim Hügel Wurde sich gerade niemand wo liegen Er ist beim Hügel über dem Gestecke da Ja Wir haben hier rechts einen abgespalten Ich hab dann hier rechts einen abgespalten Ich hab dann hier rechts einen abgespalten Hey vorderen, wir haben hier hügel Alter Douglas, du n Scheißglück Pfff Echt denn, das ist alles still Help me Wer hat mich gerade? Sorry Dankeschön Kein Problem Hannes, kein Problem Hannes Danke Ey, ihr habt meinen Tod schon gesehen Vieles kill Hahahaha Ich ist kill Klar doch Ich hab zu geschlagen Gott schütze den Kaiser Ja, leider Ich hab auch nicht geschlagen Als Connets 0 zu 7 Vorsicht unter Mann Als Knecht nicht Als Knecht nicht Als Knecht nicht Oder Toten Schön Hannes Zwar nur Infanterie aber trotzdem Die Gemeintigung Jungs, nicht zu siebt auf einen Kehl den Kopf oben lassen Oh nein Hinter dir Alter, du klebst hier an Du klebst hier an Du klebst rechts von dir Jo Pferde, ich warte Oh mein Gott Oho Halt doch, du kriegst deine Türmacht Ich hab nie wieder Leute Ihr habt mich Fotzen getötet Ganz magisch, ne? Das ist so nett, wenn du zu dir komm Wirklich, mag dich nicht mehr Halt, jetzt bin ich Achtung Meister, konnektiv Anstatt du die sind gestackten Der dreht um für den Kill Entschuldigung, nimmst du weg rein Aber irgendwie ist leiser Ist egal Ist egal, wir gewinnen Oh fuck Komm, also wirklich nicht stacken Boah Hintermann links Hintermann rechts Die waren immer weniger, guck mal Ja Ja Wer willst den verübeln, ne? Wir sind richtig Schocker Naja Schocker 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 Spatou, hallo Jungs Ja, Paspatou Das ist Jungs, kann mir bitte jemand helfen? Ne, ich würde dir jetzt auch nicht mehr helfen Ich bin dran Ich bin dran Dramatis gerade gedreht Leider Ja, Infone 3 muss zusammenkommen Ja stimmt Ach du Scheiße, die haben ja nur lächerlich viele aufm Pferd 5 gegen 4 Sie haben viele aufm Pferd Sie haben viele aufm Pferd Also ich dachte was du sonst andauern Kommt mal zusammen Leute, Leute, zusammenkommen Zusammenkommen So, 4 gegen 4 War mir easy, hab ich ja Haben wir easy, Leute Viele von denen sind angehlt, oder ist viele im Training? Ja stimmt Ich hab doch losgelassen, du musst dein Leben festhalten. Oh fuck. Ich kann es nicht funktionieren. Schade Jungs. Das wird unsere Wunde jetzt. Wir haben die Disziplin am Ende verloren. Bei denen sind die wieder. Ja, das stimmt. Die kehrt, wenn der war nur zu halb. Olaf geht zurück. Sorry. Machen wir 7-3, dann sieht das auch nicht knapp aus. Oben blocken, wir da sind. Oben blocken, Oben blocken, Oben blocken. Oh boy, warte mal. Tatscheid? 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 Ja, ja. Ich schau dir mal vor, wie es ohne Dragon King wäre. Los geht's, Jungs, Bewegung. 10-0. Nein, Jungs, jetzt konzentriert euch echt nochmal. Hohe, 6 Kiegel, Knapper aus 7-3, 10-0. Lass dich nichts gehen, Tatscheid machen. Geh ohne mitbrust, noch konzentriert. Legs halten, Achtung. Auf und zweit auseinander. Warten, 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 warten. Ach Gott, nee, das mag ich nicht. Ich mag das auch nicht. Bitte noch weiter. Hier? Oh, ja. Oh mein Gott. Hast du irgendwas gesagt? Ja, das war toll. Auf dem Hügel bleiben. Auf dem Hügel bleiben. Außen die Jäger. Bleibt in den Hügel. Er ist im großen geslackt. Im Massenkampf kämen wir besser. Massenkampf nicht mit rein. Sie gehen jetzt Hardcore auf Infanterie, weil denen alles scheißegal ist, also... Kampf, 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 wir haben nur... Ich glaub ne Anfahr-Order-Machtwerte vorher drin. Ja. Was? Egal. Jan umdrehen? Jan? Wer ist Jan? Ich. Ist toll, ist Jan. Vorsilien verdrückt. Jetzt bin ich tatsächlich. Ja, nein. Deinen Namen. Jan Eike-Wein. Nein. Jan Eike-Wein, Mann. Haben wir gut gemacht. Eike-Wein, bei Jan. Der ist schon tot. Das sag ich aber auch. Ah, hier ist Inescape. Jungs, ich mach dich nochmal. Nein, ich will sie nicht. Okay. Jungs, hab ich Hunger. Tami. Tami-Foto auf Foto, Tami-Foto, Tami. Wir haben zig Leute am Boden. Sollen wir mit der Infanterie zusammenspielen? Alter, wir sind alle am Boden. Jungs, dann kommen alle zur Infanterie. Kommt alle zur Infanterie. Go to the Infanterie. Einer Richtung unser Spawn alleine. Richtung unser Spawn alleine. Schön, Tatschnack. Jungs, Richtung unser Spawn. Wer geht da vorne noch mal hin? Wird den Typen warte. Also Richtung unser Spawn, Leute. Sorry, Alter. Ey, eigentlich gibt man das ja. Ey, ich muss um 30 halten. Ihr folgt Tatschnack. Gott, wie viele Leute haben wir denn auf dem Boden? Ja, deswegen ja. Die Hälfte. Ich könnte die Linie stellen. Die wurden auf den Boden geschmissen. Auf den Boden. Meist den Boden. Ja, dann geht nach rechts, nach rechts, nach rechts. Auf den Einzelnen. Richtung deren Spawn, Jungs. Warte, halt umdrehen. Umdrehen? Ich will auch meinem Kollegen hier helfen. Nein. Nein, nein, nein. Na, scheiß auf den. Da hinten weg da. Du sitzt da weg. Geh nicht dem einzelnen Typen helfen. Geh da weg. Einer tot ist deshalb zwei tot. Nein, ich möchte ihn aber... Nein. Nein. Alles gut. Jetzt sind Vertrieg los. Ich will euch helfen. Man muss sich hier auch mal ein bisschen durchsetzen. Jetzt kommt ein Stück da links. Dann kann ich... Ja, schön. Jetzt kommt ein Stück da links. Dann kann es... Das ist eine gute Idee. Geht euch in die nächste abgespalten. Richt den Mapend. Rechts von euch rechts. Wie die Klammerleristen. Willst du das Hälfte geben? Oh, ne, ja. Ja, just keep it. Reine atmen. Pass mich mit. Die Klammerleristen zusammenspielen. Die sind komplett los. Die sind doppelt die. Macht heben. Ja. Die zwei sind abgespalten. Oder einer. Ich glaub heute gibt's keine Beförderung. Nur Opferordnen einfach. Opfer, 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 Opfer. Jungs, passt mal ein bisschen drauf. Haben die auch unsere Orden gekopiert? Ja, die haben alles gekopiert. Das ist doch richtig dreist. Einfach nur noch mal viel davor gemacht. Alles außer das Ergebnis. Nein, ich spiel keine Kills mehr. Aber das geht ja nicht im Platz. Die, die tot sind, von uns mal bitte rein join. Du meinst die mit Specs sind. Olaf, you can join in. Lass das die Inf machen. Olaf, join in. Sorry. Wow, Zero, Zero. Jungs, alle GG. Ja, ich hab noch vier Geld. 18. 7, 7, nicht negativ. 27. Ich auch nicht. GG, Jungs, reinschreiben. Felix hat nur bei. GG bei. Alle bannen. Felix. babies. ablstoff. Weißt du. Min. Hamm.